Ein Wahnsinnsgerät, ja, klappt immer. Sag ich noch, eigentlich total angenehm, das Ding. Erster Versuch, sofort hingelegt, wusste ich immer Teelflip, jeder sollte es haben. Die Fußstellung ist ein bisschen strange. Man sieht hier, ja, ich stehe ungefähr so da, damit der auch immer einwandfrei klappt. Hier wieder Druckpunkt, also hier und so Standpunkt, ist da, zwischen Großen Onkel und Zeigezeh. Und der muss genau hinten in der Mitte sein, damit der schön gerade kommt. Und jetzt kommt das Seltsame, ja. Junge Frau, hören Sie zu, das Seltsame kommt jetzt. Man zieht den Heelflip, nicht wie beim Heelflip, nach vorne raus, ja. Man zieht ihn eher nach hinten. Dadurch entsteht so ein ganz ekelhaftes Gefühl, so von Heelflip nach hinten ziehen. So, weil dann geht der hier so vorbei und dann... Wie ist der Trick noch mein? Wie ist der Trick? Inward Heelflip. Ja, hat das was damit zu tun, dass sich das anders anfühlt als ein Heelflip? Ja, der fühlt sich nämlich Inward an. Der Inward ist so wichtig. Kannst du Inward mal eben frei besetzen? Space Inward, es gab so ein Spiel sogar über den Trick. Echt? Ja. Cool. Und am besten am Anfang, wenn man den übt, erstmal so richtig ganz bewusst. Man will den gar nicht lernen. Erstmal nur so, dass man den Heelflip macht. Ja, so ganz nach vorne, damit man sich eine eklige Fußstellung... Und dann... Ah! Und dann den Heelflip nach hinten, ja? Das ist das Essenzielle bei den Heelflip. Den Heelflip zum Tailflip ziehen. Da war er schon zum Sixty. Einwandfrei. Den wollte ich erst später machen, aber der kam jetzt schon. Na gut, dann mach ich ihn halt. So knapp war der. So scheißen knapp. Ja, ja. Okay. Wir haben immer noch nicht gewesen. Ich glaube, ich sollte nicht mit so bösen Leuten rumhängen. Geh mal mit meinen Waldorffreunden. Inward nochmal. Schön in der Pathgame zum Tail ziehen. Das musste der Einrichter. Und dann... Ja gut, der war jetzt nicht der schönste. Aber der klappt immer. Immer! Es ist natürlich hilfreich, wenn man Popsorren und Heelflip kann. Ist aber nicht nötig. Der Trick klappt immer. Egal was man kann. Immer klappt der. Weil der so episch ist. Weißes nochmal. Immer klappt der. Im Bild ist mein Schuh zu sehen. In dem Bild ist zu sehen, wie der immer klappt. Immer! Ja gut, aber er ist nicht. Aber er klappt immer! Immer klappt das Ding! Immer! Immer! Immer Gerte! Immer! 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 Qualitative Videos! Geräus! Abonniert euch! Abonniert euch!